Ähm, naja, Waldemar ist wieder dabei, wir sind gerade in einem Zoo. Guck mal, abdrückt, ey. Boah, der ist gut. Alter, diese Schiffe, mit denen müssen wir fahren, Waldi. Ja, ja. Also, dieser Zoo hier ist bis jetzt eine einzige Enttäuschung, selbst für dieses Boot, wo es halt 5 Euro zahlt, um eine Runde fahren zu können. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Na ja, ich wollte nur sagen, dass du weniger bezahlen musst, weil du so klein aussiehst. Coool! Ey, die Elefanten kommen ja auch aus Asien, beide mal, wie du? Jo, Timo, wir holen nun mal kurz was zu essen. Na ja, wir waren jetzt circa noch eine Stunde im Zoo, war jetzt nicht so spannend und jetzt suchen wir ein Burger-Restaurant auf. Ah ja. Nachdem wir etwas gegessen haben, haben wir uns in einem DM verlaufen. Wie bitte verlaufen? Also, wir sind schon viel zu spät dran, aber sieht schon schick aus. Na, warte, 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 warte. Hier denkt man irgendwie, man ist mitten in der Pampa so richtig weit rausgefahren. Aber hier ist schon die Hauptstraße, also besser geht's ja gar nicht. Herte, warte, warte. Herte, warte. Vielen Dank.